so meine lieben freunde das ist immer wieder bei komando konger liberium konflikt so ich muss gleich jetzt sagen heute sollte das mikrofon ein bisschen lauter sein raus dafür aber leider ein bisschen das lässt sich gerade so nicht ändern zumal die versuche hinter mir die welt abzureißen wollen sie irgendwas ganz leises machen hier auf jeden fall zwar bestimmt zwischendurch mal hören wird leider so nicht ändern in der laden auch nur direkt und zu missionen die brechen wir auch also nach dem laden gleich wieder ab wenn wir das video noch mal sehen hat man ja weggedrückt wir sind drin egal option mission einsatz abbrechen neustart das sind lügen fälschungen die gdi tötet keine kinder war bialystok ein tibirium umschlagplatz hat die gdi hier nicht wieder einmal auf ungenaue information hin vorschnell gehandelt sollten die finanzmittel für die gdi jetzt gekürzt werden bis zum nächsten lügen als Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nordtruppen haben einen GDI-Stützpunkt in ihrem Einsatzgebiet schwer angeschlagen. Waffen und Droiden sind schon äußerst knapp. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Ja, das ist wunderbar. Zwei Panzer. Ein paar Mandeln. Müssen wir jetzt den Stützpunkt finden. Wenn wir den Stützpunkt wieder einsatzbereit machen. Seine Brücke ist natürlich immer doof. Wenn wir auf der anderen Seite Gegner sind, treffen wir die alle Einzelnen. Nicht über meine Männchen fahren. Gibt es die Berium? Vielleicht findet man hier schon einen Sandlot. iras. Ist die nelle Iller? Ist die Rooster Nein! Wenn die Fahrzeuge öffnen, wird die Sauerkrankung von hier. rech auf bestätigt 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 rech auf mehr Diberium Wir wollten natürlich mal probieren, den Sammler mal nicht zu zerstören. Vielleicht übernehmen wir den ja mit diesmal. Dann werden wir die Gebäude übernehmen. Einheit verloren. Recher auf. Bestätigt. Bei den Sammler. Das wird diesmal mal am Leben. In Ordnung. Recher auf. Einheit verloren. Jawohl. Einheit verloren. Einheit verloren. Jawohl, Sir. In Ordnung. Einheit verloren. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. In Ordnung. Recher auf. Recher auf. ja st wir haben die Basis aber er muss so bald er mitgekriegt ja in Ordnung Jawohl, Sir Wird gebaut Leider nicht möglich Konstruktion im Gange Leider nicht möglich Konstruktion im Gange Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Wyruch Jawohl, Saj Jawohl, Sir Wyruch 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 Wird gebaut, wird gebaut, Einheit bereit, wird gebaut, Konstruktion fertig, Einheit bereit, Einheit bereit, wird gebaut, leider nicht möglich, Konstruktion im Gange, Einheit bereit, Konstruktion fertig. Einheit bereit, wird gebaut, Einheit bereit, wird gebaut, Einheit bereit, Jawohl, Sir, enttoma stehen, Einheit verloren. Wird gebaut. Einheit. Wird gebaut. Jawohl. Wird gebaut. Einheit. Wird gebaut. Einheit. Wird gebaut. Einheit. Die haben auch noch mehr Panzer. Die sind fast kaputt. Einheit. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. In Ordnung. Kein Problem. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. In Ordnung. Einheit verloren. Einheit verloren. Wird gebaut. Leider nicht möglich. Konstruktion im Gange. Einheit bereit. Unsere Basis wird angeboten. Einheit bereit. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. In Ordnung. Sofort, Sir. Ah, das werden wir wohl verlieren. Sofort, Sir. Einheit verloren. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Neue Bauoptionen. Einheit verloren. Tja, bedammt. Äh, Wird rum. Und jetzt abmalen wir neu starten. Das heißt, wir können uns einfach da holen. Ohne Anschreiben die mal. Holen uns erstmal unsere Basis. Verteidigen die. Bauen schön was auf. Jawohl, Sir. Recher auf. Ja, ich stehe nicht mal vor. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Recher auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Die mal in Büsche stehen müssen, ey. Bestätigt. Bewerber. Sammeln, der ist auf. Schnellen, sammeln wir auch. Ja, die zusammenfahren. Wieder einer im Gebüsch. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Weißten wir auch noch. Bestätigt. 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 Ich bin der Mauer weggezogen, aber da hat er wieder nichts an. Ich bin der Mauer weggezogen. Brecher auf! Bestätigt! Brecher auf! In Ordnung! Neue Bauoptionen. Sehr schön. Wer geht das hier hin? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ich bin Sammler beschützend, seine Freunde. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Das ist eine von der anderen zerstdaten Schwerpunkt. Sooo... Das sind unsere Panzer auch noch sehr schön, ganz. Aber allerdings kein Bau. In Rettung können wir langsam bauen. ein paar maßen schön kann man ja dann läuft einfach rein ja dann macht er sich nicht schon ein bisschen frech einheit und leute steh doch nicht daran dass wir stehen leider nicht möglich konstruktion im gang einheit bereit einheit bereit einheit bereit ja 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 wird gebaut leider nicht möglich konstruktion einheit bereit schön über weiter krank hier bauen einheit bereit wird gebaut ja 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 Wird gebaut. Leider nicht möglich, Konstruktionen rein. Einheit bereit, einheit bereit. Einheit bereit, einheit verloren, einheit verloren. Alle möglichen, das Ding drauf bauen. Einheit verloren. Seine Menge, Frank. Wie es aussieht. Das ist so hoch. Wenn wir den Samuel eingreifen, kommen die wieder alle. Einheit bereit. Ein bisschen doof. In der Basis steht, da ist es komplett. Und nicht mehr viel übrig. Ich brauche den zweiten Sammler. Einheit bereit. Ein Autos bauen. Ich kann keinen Sammler bauen. Das ist schon ein bisschen so. Wird gebaut. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Fehlt 1 Dollar. So. Zack. Spitze. Eier. 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 Das ist echt doof. Eier. Eier. Warten die Sammler da ist. Natürlich auch mit dem probieren, aber ich kann weiß es nicht. Ich nehme ja viele in der Basis stehen. Ich habe schon ganz gerne. Wenigstens noch ein paar Männchen in die Basis stehen. Wie schießen wir das denn jetzt? Ich mache es jetzt auf Kanaten. Sitzen da bloß drin, aber bringen wir das nicht. Warum heute besucht? Einheit. Einheit. Wird gebaut. Einheit. Ja, da warten wir noch mal ein paar Sammler. Wenn man da ist. Wenn ich noch ein paar Männchen bauen kann, sonst ist mir das wirklich zu wenig. Das Verteidigen für unsere Basis. Nun, da haben wir jetzt auch nicht so eilig. Es ist natürlich doof, dass die uns die finanziellen Mittel gestrichen haben. Nur wegen dem blöden Propaganda Video. Wenn wir jetzt alte Basis wieder aufwerben. Das nehmen wir an. Spätestens wenn wir dann alles, ich sag mal hervorst haben, ist ja hier in dem Sinne eigentlich nicht der Fall. Das ist dann richtig lustig, wenn wir dann auch die Panzer bauen können und alles. Wollen wir ein guter Sammler. Ist eigentlich noch ganz so. Jawohl. Ich kann den. Also, wir müssen noch weiter bauen. Oh, wir wollen weiter bauen. Einheit. Wird gebaut. Einheit. Wird gebaut. Einheit. Wird gebaut. Einheit. Einheit. Wird gebaut. Einheit. 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 So, dann nehmen wir ihn. Wir greifen als erstes den Sammlern Einheit verloren Das hast du davon Wenn du das von uns kaputt machst Das ist in Mode Hau doch nie ab, weiche Ei Ich muss gleich noch nächster Der Sammlern verdrückt sich jetzt natürlich Ein bisschen doof, ne? Mal gucken, vielleicht kann man ja nen Weg abschneiden Unsere Sammler ist auch wieder da Wir bauen schön weiter Einheit bereit wird gebaut Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Einheit bereit Wird gebaut Und dann können wir auch ein paar Kanadierer von oben holen Ne, jetzt ein paar Jawohl, Sir Ich denke wir uns schon wieder her Und dann können wir auch ein paar Kanadierer von oben holen Wie der holt das an, was macht denn der? Hat der keinen Weg mehr nach Hause? Jawohl, Sir Dann gehen wir uns halt angreifen Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Bestätigt Sind die alle übelst weit weg? Und die greifen an? Badamm Und auf dem Sammler da herzufahren Einheit verloren Jawohl, Sir Einheit bereit Einheit Einheits ganz dauerlich noch ein paar aber die kommen wir schon rein, hoffen wir das es hier nicht mehr mehr geschützt wird können wir jetzt eigentlich auch schon alle hier herstellen und anfangen Ingenieure zu bauen das ist natürlich sehr teuer mit 500 Jawohl, Sir, reche auf! Jawohl, Sir Einheit verloren Einheit gehört Einheit verloren Einheit verloren Geht knapp, Sir Jawohl, Sir, reche auf! Einheit verloren Jawohl, Sir, reche auf! Sammler soll ganz bleiben Warum können wir weiter Männchen geben? Jawohl, Sir Geht knapp, Sir Wird gebaut Ähm, lasst den mal vorbeilaufen, hallo In Ordnung Also wirklich bei den Huschels echt, ey Jawohl, Sir, in Ordnung Wir warten jetzt bis den Sammler raus ist Einheit bereit In der Weile stellen wir die herunter, damit die den ja nicht kaputt machen Ich glaube, der Sammler ist relativ kaputt Jawohl, Sir Jawohl, Sir Wird gebaut Einheit bereit Ja, nur vorsichtig sein, ist ja nicht kaputt, wir müssen, ob wir den übernehmen Bestätigt Einheit 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 Vielen Dank.